Hallo! Wer sind Sie? Der Schlagzeug hat er neu, hab ich gerade. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, wenn man immer zu früh kommt. Das haben wir hier in der Band, das ist das so normal. Was stellen wir bei dem Jungen immer fest? Komm zufrieden. Oh, das wird dauer. Er weiße halt noch mal! Oh, das hält mir nix, du! Was bist du am Brillern? Hier, zu früh komm, hab ich von meinem Lehrer, ey. Was scheiße? Ja. Du musst dir jetzt kein Picasso machen. Ist einfach normal. Ich weiß, ich bin gerade am überlegen. Er hat so einen Typo-Frock am Ring mal so einen Tittenfick auf den Arm gemalt. Das war eigentlich so witzig. Hat irgendwas von einem Penismann. Ja, irgendwie schon. Das war es so. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wird zu kommen. Ich bin bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.